Oh ne kurze Wundfunk, boos, kurze meine Freunde, Nimo macht Statements zu seiner Wutrede gegen Serbien, wo er jetzt macht in seinem Statement und sagt, er wurde an der serbischen Grenze festgehalten, ohne Trinken, ohne Wasser und ihm war die ganze Zeit kalt mal und diese Wächter waren ein bisschen respektlos gegenüber. Okay, kann ich verstehen, Nimo, aber deine Emotionen musst du auch irgendwann ein bisschen unter Kontrolle haben, weil du bist ja ein erwachsener Mann, du kannst ja nicht bei allem immer gleich ausrasten, wie gesagt, die Kunst ist ja einen kühlen Kopf zu behalten, du musst dir vorstellen, wie dein Kopf in einem Kühlschrank ist, du musst Eiswürfel produzieren, um gekühlt zu bleiben, ich kann verstehen, irgendwann reißt einem die rote Schnur und dann Batsch, kommt die ganze Wut raus, kann ich verstehen, aber dafür können die Serben doch nichts, wie gesagt, Kosovo geiles Land, Serbien geiles Land, Aber dieses Aufeinanderhetzen finde ich gar nicht gut, Mann, wie gesagt, beide haben ihre Konflikte, aber wie gesagt, du hast deine Meinung gesagt, ehrenvoll und das war's, meine Freunde. Okay, meine Freunde, das war's, wie du von einem Boss, aber nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.